Ich zeige dir, wie du mit Pages ein Bewerbungsschreiben verfassen kannst. Pages ist auf jedem iPad schon drauf oder auch auf dem iPhone ist es gratis drauf. Das ist ein Programm von Apple und da kann man überall auch gut ein Bewerbungsschreiben machen. Und zwar wählen wir Pages und dann gehen wir auf das Plus-Symbol. Auch bei Pages hat es Vorlagen, auch für Briefe, auch für Lebensläufe. Schau, wir nehmen auch da ein leeres Blatt, damit wir das etwas individuell gestalten können, so wie der Lebenslauf, dass die beiden zusammenpassen. Und zwar nehme ich auch da mit dem Plus-Symbol eine Tabelle, und zwar die genau gleiche wie beim Lebenslauf und drücke dabei zwei Strichlein und füge noch eine weitere Spalte an, damit wir sechs Spalten haben. Dann markiere ich die erste Spalte und wähle nicht bei Textfarbe, sondern bei Tabellenfarbe wieder das gleiche Grau, wie ich beim Lebenslauf genommen habe. Dann können wir da die Namen und Adresse, persönliche Namen und Adresse, mal eingeben. Dann sehe ich dann auch bald einmal, ob das auch Platz hat. Jetzt möchte ich dann noch zusätzlich eine E-Mail-Adresse hineinschreiben. Das heisst, ich habe jetzt eine Spalte zu wenig gewählt. Das kann ich halt problemlos noch anfügen, indem ich wieder auf diese beiden Striche angehe, einfach auf sechs schalte. Jetzt habe ich da noch eine zusätzliche Spalte, in die ich die E-Mail-Adresse schreiben kann. Man muss aufpassen, dass es da nicht die E-Mail-Adresse gross schreibt, weil die schreibt man natürlich immer klein. Jetzt sieht man, dass da nicht alles schön Platz hat. Jetzt habe ich da noch etwas Bastelarbeit, indem ich da jeweils auf den Spaltenkopf drücke, kann ich bei diesen beiden zwei Strichlein das jeweils auf die Grösse verkleinern, dass es gerade Platz hat. Jetzt hat es super Platz, aber ich versuche jetzt noch eine grössere Schrift. Anstatt acht Punkte nehme ich jetzt neun Punkte. Ja, jetzt hat es natürlich wieder keinen Platz mehr. Jetzt muss ich da nochmals das Spiel machen, auf den Spaltenkopf drücken und dann bei diesen zwei Strichlein kann ich das mit dem Finger schön oder mit dem Stift schön rechts-links noch verschieben. bis ich das geschafft habe. Auch die Spalten, die Zeilenhöhe habe ich da auch noch etwas zusammengeschrumpft. Dann schreiben wir die Adresse der Firma. Gut, wer jetzt da ein Fenstergouvern hat, dass das Fenster rechts hat, könnte da auch einen Einzug machen und das auf diese Linie schreiben. Dann würde man dann aber mit freundlichen Grüssen das dann auch auf die gleiche Höhe nehmen. An den meisten Vorlagen haben wir es heute linksbündig, dass es möglichst einfach ist. Nach dem Punkt ein Leerschlag. Dann habe ich da etwas ausgelassen. Ortschaft, Datum würde ich den Monat ausschreiben. Achtung, da habe ich vorher noch auf B, also auf B, auf Fett geschaltet, damit das Betreff Fett wird. Also man schreibt heute nicht mehr Betreff oder so etwas, sondern man macht es einfach Fett, aber nicht unterstrichen, weil Unterstreichungen sind reserviert für E-Mail, also für Internetadressen. Dann habe ich jetzt so den Text mal eingefügt, was man da alles so schreiben sollte. Wichtig ist, dass es individuell ist, dass ihr nicht irgendwelche Vorlagen abschreibt, sondern persönliche Sätze nehmt, bei denen man merkt, dass das von eurem Herzen entspringt. Dann die Beilagen, die schreibe ich mal einfach auf, was ich alles dazu noch lege. Lebenslaufzeugnis kopieren, Bewerbungen, vielleicht hat man auch noch Tests, wie z.B. Stellwerktest oder Multi-Check oder auch beides. Jetzt hat es mir keinen Platz mehr, ich nehme da irgendwo noch eine Zeile heraus, sollte auf einer Seite Platz finden. Jetzt markiere ich diese Beilagen, wähle dann wieder den Pinsel und dann bei Linien und Zeichen, da wähle ich Aufzählungszeichen und zwar mit Punkten. Ja, das ist jetzt schon alles. Der Text, was ich da noch gemacht habe, ist ein Blocksatz. Das kann man dann auch zuerst markieren und dann mit dem Pinsel das auch noch suchen, wo der Blocksatz ist, dass das da sauber aussieht. Und dann natürlich noch unbedingt jemandem geben, der das genau korrigiert, dass es sicher keinen Fehler drin hat.